Moin, herzlich willkommen zurück im Freispiel und herzlich willkommen zur Auslosung der Gewinner unseres Gewinnspiels. Das ist jetzt schon ein bisschen her, weil die Nominierung schon ein bisschen her ist. Irgendwo hier kommt da so ein Link hin, wir haben so eine Playlist mit den ganzen Titeln, die die nominiert waren zum Spiel des Jahres und haben gesagt, hey, kommentiert mal drunter, was euch gefallen würde und unter allen denen, die das kommentiert haben und unseren Kanal abonniert, verlosen wir einmal das Kenner-Spiel des Jahres, das zu dem Zeitpunkt noch nicht bekannt war, das wissen wir, ist die Crew, und einmal das Spiel des Jahres 2020. Ihr wisst ja, Spiel ist, wenn es Gewinnspiel ist, um mal Langliebe zu zitieren, und wir haben da Magic am Laufen. Magic insofern, dass das hier zauberhaft ich selber kindergartenmäßig so Kram geschnippelt habe aus einer Excel-Tabelle und da ziehe ich jetzt lose draus. Ich würde einfach mal sagen, fangen wir an hier mit dem Spiel des Jahres, Pictures, hat uns tatsächlich selber sehr, sehr gut gefallen. Wir sind sowieso super zufrieden mit der diesjährigen, sowohl mit der Nominierungsliste als auch mit der Auswahl am Ende, können wir einfach irgendwie so zustimmen. Es gibt ja immer ganz viel Mecker. Die Jury macht ja nur Quatsch und so, aber nö, wir finden das voll gut. So, Pictures, Spiel des Jahres 2020, hat gewonnen Wolf Wood. Wolf Wood? Wissen wir nicht. Ja, das sind nur Nutzernamen und Internet. Da hat er unter dem Kings Dilemma Video kommentiert, den... Genau, herzlichen Glückwunsch. Du bist jetzt quasi stolzer Besitzer eines Pictures und wir werden das unter dem Video nochmal kommentieren. Wir gucken, dass wir, wo wir dich erreichen können und schreiben dich da an. Solltest du von uns nicht hören, melde dich bei uns. Wenn du Freiburger bist, hol es einfach bei uns im Laden ab. Das ist super, weil es spart a Geld und b CO2. Wenn du von außerhalb bist, dann schick uns deine Adresse und wir schicken dir das Spiel zu. Und dann kommen wir zum Kennerspiel. Die Crew. Trommelwirbel? Kann jemand bitte mal Trommelwirbel machen? Ja, okay, das ist ein Tusch, aber das nehme ich als Trommelwirbel und hol da jetzt mal so einen Zettel raus. Trillion K. Trillion K? Wissen wir nicht. Genau. Dir schenken wir ein D-Crew. Kennerspiel des Jahres 2020. Selbe Nummer, ne? Wir schalten auf deinen Kommentar antworten, dass du gewonnen hast und gucken, ob wir dich sonst irgendwie erreichen. Und wenn nicht, melde dich einfach bei uns. Vielen Dank für eure Teilnahme am Gewinnspiel. Wir fanden das klasse. Ja, cool, wenn ihr uns auch mal sagt, was ihr stark findet oder schwach findet. Deswegen haben wir das gemacht mit dem Gewinnspiel, das über die Kommentare läuft. Und stay tuned. Mehr wird kommen. Viel Spaß mit Spielen. Haut rein. Wir sehen uns. Tschüss.